Tritte, Schläge, Emotionen. In Istanbul kam alles zusammen. Fast 500 Athleten aus 47 Nationen trafen sich dort zur 50. Karate-Europameisterschaft. Neben Medaillen stand dabei vor allem die Qualifikation zu den Europaspielen in Baku im Vordergrund. Die Top 6 jeder Gewichtsklasse qualifizieren sich automatisch. Erfolgreichster Teilnehmer der EM war Spanien mit drei Goldmedaillen. Gastgeber Türkei landete im Medaillenspiegel zwar auf dem zweiten Rang, die Männer konnten aber entgegen der Erwartungen keinen Titel gewinnen. Das türkische Team wird mit allein fünf männlichen Karatekas aber das größte Team nach Baku schicken. Nur Frankreich hat noch ein ähnlich starkes Aufgebot. Deutschland konnte in den Einzelergebnissen nur eine Silber- und rein Bronzemedaillen holen. Dennoch haben sich insgesamt fünf deutsche Karatekas für die Europaspiele qualifiziert.